so zehnfaches Schild, was dann nochmal so dick war wie ein ganzes Leben so jetzt probiere ich es auch mit Doppel Dorans ich glaube? na ich glaube das war kein Firefox, das sich übelst rumgeruckelt hat also wie keinem Browser, nur so ein Systemabschluss, das ist zerabartig ja bei mir ist dasselbe das Problem ja irgendwas ist mit Firefox und Adobe Flash Player, also die mögen sich beide nicht mehr oh das fuck Andy, geh raus ah die hört mich nicht lol ich hab nur gesagt, der kann mit dem Ping nicht spielen der hat einen Fünfundatter Ping konstant ah ich hätte mal meinen Adler machen müssen naja Wayne oh der war schick die Andy ist noch da drin hä? wo ist die hin bitte? wie wärs mit helfen? ich bin so dermaßen am Arsch gewesen oh dieser Shyvana-Skin ist so epic Doppel Dorans ist scheiße, aber in welcher wäre ich jetzt wahrscheinlich gestorben oh der hat P-Boost NICE 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 ist das mies ist auch scheiße guck dir die items an ihr kauft sich glaubt ein ninja tabi 1 ja ok kann immer So ganz ruckelfrei ist es aber auch nicht. Das war gut, ja ich lade es für Klaue Dipper. Das ist natürlich Andy hat keine Barriere mehr Der hat kein Leben mehr Ja, kein Wuchteil da zu laufen Deutsch Ja, wie sie sich flasht, obwohl ich nicht mehr getroffen hätte Das FPS lags Das kann auch am Skill von Shyvana liegen Ja Das soll ergeblich rumbacken Das ist der erste Level, aufgeregt ist nicht schlecht Oh ja, das hat's gebracht 50 bis Ult Das war egal Das war's für den Weg Das war's für den Weg Nein. Stehlen kann er sauber. Der Adi ist da. Uh, verpiss dich. Unfair. Einmal nur unfair. Doppelt hochschlagen. Ja, im Prinzip kann man ja dreimal hochschlagen. Ja, wenn man Jänner noch mitnimmt. Eigentlich würde ich mal ganz gerne mal sterben gehen oder so. Ich bin nicht dafür. Ach komm, dann lass mal sterben gehen hier. Echt nicht. Ich auch, ich hab jetzt gleich 3k. Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht dafür. Ah, wohl nicht. Doch, jetzt. Ja, kriegen die einen Tower down. Ne, ich hoffe mal nicht. Ne. Ey, wie das immer ruml, ey. Ich hab irgendwie immer diese Standbilder. Oder, ähm, die machen gar nichts. Ich krieg die Animation nie angezeigt. Komm, einmal slowen, bitte. Ich bin nicht fertig. Deinee nachgucklinge. Ich bin nicht fertig. Ich habe jedenfalls gekriegt. Ja, das ist nicht fertig. Ich bin dran. Wir müssen hier jetzt mal verladen. Oh, ich bin dran. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Ich hab Ulti. Muss nicht unbedingt dead sein. Na gut, tun wir dann eins. Der war nice, der Flash. Direkt auf die Health-Pot halt, ne? Auf die Health-Station. Hast du den Tibbers gesehen? Was war das denn, graf nur? Ich hab mir unbedingt die Kiste hierhin wollte. Mann, die Barriere kam nicht früh genug. Ich hab den Ball gar nicht anklicken, weil er irgendwie im Weg war. Ist klar. Das müssen sie aber auch noch fixen. Was? Dass man die Champs nicht anklicken kann, wenn sie direkt neben dem Gebäude stehen. Das kann man aber schon seit Ewigkeiten nicht. Apropos Deal, ne? Hä? Wir waren da gerade gestorben. Malgar. Ich glaub, der hat da drauf. Da kommt plötzlich ein Coup vom Malfight. Ja, der war grad wieder raus aus dem Cooldown. Ich hab wohl meine Ulti wieder ab. Er hat einen Stun. Was soll man holen? Ich hab gar nicht gestorben. Gar nicht gestorben. Ich hab schon mal den Tower. Ich hab da wollte. Ja, nice save. Ja, Jenna. Das ist kein Stil. Hä? Ist du bescheuert? Ja, mach einfach so eine AP-Fähigkeit, die auf Ende keinen AP hat. Oh, okay. Bei der hab ich aber Angst. Nein! Dat Arrow! Dat Arrow! Oh, fuck. Der hat Noisy Ray. Oh, ja! Oh, ja! Das ist so unfair, wenn man da steht, so. Und man kann sich schrägen. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Jetzt bist du weg! Oh, der Stun war nice! Nein! Bringst du enemy minions! Nein! 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 Vielen Dank.